Ja, dort kommen also die Tornados von dem Biking Team von Marineflieger Geschmader 2 aus Ergebeck. Wie Sie sehen, zwei Sitze sind besetzt. Vorne der Pilot, hinten der Köpfbeobachter, der die ganze Maschinerie bedient und die Navigation. Der aber auch als zweiter Pilot zumut. Tätig sein kann, Sie sehen, die roten Markierungen im Schollersitz. Der Tornado hat schon vorne an der Tragfläche die Slides untergefahren und hinten die Lampenklappe der Startkonfiguration. Das ist unser Biking Team aus Ergebeck von Marineflieger Geschmader 2. Die Piloten, wenn es Sie interessiert, insbesondere wenn sie aus Marinekreisen sind. Und die Lead Crew, eine von den beiden, hat ja die Führerschaft und der andere muss dann mitmachen. Er ist also Kompetenkapitän Manfred Hartmann, 38 Jahre, am Schallknüppel. Und als Kampfbeobachter, der zweite Pilotkapitän Leutnant Günther Jans, 30 Jahre alt. Der zweite Flugzeug, am Schallknüppel, Kompetenleutnant Dietrich König, 35 Jahre alt. Und hinten drin sitzt, Kampfbeobachter, zweiter Pilotkapitän Leutnant Martin Schrader, 30 Jahre alt. Hier unten steht die Öldom. Das ist nicht so ganz einfach, was sie hier gemacht haben, aber es handelt sich bei den Biking Team aus Ergebeck nicht um eine Kunstflugstaffel, sondern um ein ganz normales Demonstration Team. Das heißt, sie zeigen Ausschnitte aus der täglichen Routine, die bei der Luftwaffe bzw. bei der Marinefliegen durchaus üblich sind. Und Formationsflug muss ja ohnehin ständig geübt werden. Am Boden wird der Kanadier jetzt aussteigen. Und hier kommen die beiden Tornados vom Osten wieder rein. Die eine wird jetzt aufsetzen, der andere fliegt oben nebenher. Touch and go. Und jetzt fällt die Turbine wieder hoch, hebt wieder ab, steigt an dem anderen vorbei. Und sobald der andere sieht, dass er wieder in der Luft neben ihm ist, fangen sie das Fahrwerk an. Dann steigen wir gemeinsam ziemlich gerade in den blauen Ebbel. Frischer Wind, viel Sonne, 100.000 von den Menschen und haben diesen perfekt organisierten Flugtag der Bundesmarine zum 75-jährigen Jubiläum der Marinefliegen hier am Boden der Tornado. Das ist eben teilweise der Nachfolger in bestimmten Aufgabenstellungen bei der Bundesluftfaffel der Bundesmarine. Wir steigen jetzt also die Herren von dem Hiking Team vor Ort in einer Co-Produktion und die Berger haben also aufwärtig gekauft und dies ist eine Kunstflugmaschine.